Jo, weiter geht's mit Starperlite 4. Wir machen heute ein bisschen weiter auf die Suche. Wir gehen halt einen Schaufschützenjagen. Was tut, irgendwas schönes für uns. Oh, da kommt wieder Gehirnfeine. Sehe ich gerade zwei an der Zahl. Den habe ich nicht getaunt, den Offizier. Aber den. Scheiße, Dicken ist niedrig. Jetzt so hoch, warum ist das richtig? Headshot. Der hat gesessen. Den hat man auch genau gehört. Wo der genau, dass er auf dem Helm geklatscht ist, dass er durchgezogen ist. Durch den Helm unseres deutschen Freundes. Einfantrik, tot. Das ist nochmal 4 oder was? Ja, dann kriegen wir mal hin. 3. Pam, tot. Da kommt doch alle her. Ich kriege euch die alle. Scheiße, wenn er wegheben würde, wenn er nicht... ...Helz oder tot. Jägerunterstützer Kill. Ja, fucke. Komm her. Jawoll. Aber schön durch die Birne. Wieder 3. Super. Okay, Schiss. Er getötet. Oh, es war sogar Doppelkill. Also beide direkt weg mit einem. Das ist immer gut. Da habe ich wieder eine Munition gemerkt. Hauptschuss. Da kommt der nächste. Es geht ab bei euch. Habt ihr hier? Habt ihr die Leute... Na, hallo. Ist mal gut jetzt? Habt ihr die ganzen Leute? Ja, 3 Mann weniger. Wieder. So, da spare ich mir hier mal die Munition und hol mir die Jungen da. Mit HF. Ah, da oben ist die Scharfschütze. Ja, okay. Scharfschütze. Ein Schuss. Pam. Tot. Der Scharfschütze ist tot. Ein Primärziel. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Ich muss ja nicht explizit die ganzen Feine holen. Also ich habe hier noch ein paar Gegenden. Ein paar Dings. Opfer würde ich mir gerne als letztes wollen. Das heißt, wir haben hier Deformationen und Feldlager. Also wir haben doch Deformationen, zwei Feldlager und Rotbauer. Und ja, genau. Gut. Dann auf. Ich werde jetzt so ein Spahn. tot sonst nichts Glück gehabt Kratenschuss Hau ab von mir ich muss mich mal kurz kurz ein bisschen heilen sonst will ich hier gleich down und das will ich nicht aber das ist gar nicht was gar nicht so tragisch wäre so jetzt mal Schicht im Schacht komm jetzt holen sie drei noch da die kriegen wir auch noch weggeräumt einmal Munition holen schicht 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 Ich muss looten dringen, das ist das Problem und dafür muss ich die beide wegkriegen. So, beide da, der ist auch down. So, jetzt räume ich hier mal auf. Ich brauche Trinkmunition und das ist das erste Ziel, was ich jetzt holen muss. Ja, definitiv und ich suche jetzt Feinde, Feinde, also was heißt Feinde, ich suche Feinde, ich kriege die jetzt eh alle weg. Ich brauche vor allem, für mein Scharschutzgewehr brauche ich Trinkmunition, das ist das vier Ziel, das machen wir ja gar nicht mehr. Wir haben jetzt noch zwei Feldlager, wie gesagt, die Information und den Typen der Töten und dann haben wir es auch geschafft. Also so groß sind die Missionen nicht mehr, ich bin gespannt, wie das Endziel sein wird, ich habe eine blöde Vermutung, aber ich lasse mich auch gerne mal in diesem Spiel überraschen. Hier gibt es nichts mehr zu finden. So, haben wir jetzt alle down oder wie sieht das aus oder kriegen wir noch was? Den hole ich mir auch nach den Typen. Also hier liegen ja alle noch Leichen rum, ne? Feind sucht. Das ist lustig, dass man ein Typ gerade die komplette Gilde hier auseinander nimmt. Oh, guck mal, da steht einer. Ich weiß nicht, wie viele Feinde das noch sind, also den Panzer haben wir ja schon weg. Man muss ja nur eigentlich den Kanonier wegkriegen und dann ist der Panzer eigentlich, ja, wer los? Aber da erstmal reintreffen, dieses Fenster, ne? So, jetzt haben wir da Munition ohne Ende. Sicherheitsmane. Oh, da hole ich mir nach den Typen. Das ist der bloß nichts mehr, dass der mir bloß nicht auf den Nerv geht. Ja, klar, Schuss gehört. Ich habe mir schon von Anfang klar, dass du wieder... Ich glaube, der den Schuss nicht gehört, Junge. Ja, hier liegt noch eine Leiche. Da habe ich die schon gelootet. Ja, die habe ich schon gelootet. Gut. Dann gehen wir jetzt das Feldlager zu zerstören. Dann gehen wir jetzt ein Feldlager zu zerstören. Dann gehen wir zu dem Feldlager zu zerstören. Ist nicht weit. Aber dann krieg ich das Ding hier down. Okay. Ja gut, bis vor sie jetzt auf die Idee kommen, mein... Ähm... In irgendwas aufzuziehen. Machen wir das mal kurz eben so. Dann weiß ich auch, was hier oben schießt. So, einmal das down. So, wir brauchen noch eine... Ein Feldlager. Das Ding da. Und dann haben wir es. Und bei den Feinden, die da so angekommen sind... Äh... Oder bei den Mengen an Feinden... Ah, perfekt. Das sind die... Unsere... Die war... Die bewegen sich halt keinen Meter mehr. Ja gut, ein paar Feinde haben wir noch ein bisschen, klar. Na gut, das ist halt die Villa, ne, von dem, von Rotbauer, das ist mir schon klar, dass der nicht mal eben kurz, äh, dass er zwei, drei Mann hat, war mir schon, ist mir einfach noch mal an, klar. Wo steht denn der, steht der hier unten oder wo? Der muss hier unten nur unter dem Haus stehen. Oh, dann lassen wir den einfach mal sein. Komm, Schuss. Den Funker weggeholt, das ist nicht unwichtig. Und der Nächsten. Wieso schon von der scheiß Villa auf mich schießen, ne? Kawabums. Und umso mehr ich jetzt hole, desto besser ist es. so weniger habe ich gleich in der nächsten Folge wahrscheinlich zu tun mein Gott jetzt ist er tot halt doch mal deinen Mund so war das der letzte jetzt oder war das schon ich will den einen jetzt hier unten nahmen den gehen wir ein bisschen auf den Piss gerade ich weiß nicht wo der steht da unten ja jetzt ist er tot so aber ich vermute dass Rotbau noch ein paar Leute hat so ich hole mir den jetzt ein wenn ich ehrlich will ist das ziemlich einfach gerade ich komme hier ohne Probleme direkt durch aber ich will ja noch was anderes machen ich will ja vorher noch was einigen was anderes machen und zwar das letzte Feldlager töten äh holen ne Infanterie okay ah gut da ist mir klar dass hier noch der eine rumspiel um einer rumsteht zwei ach joa guck mal hin drei ach selbst wenn da 10 rumstehen würden wir kriegen sie irgendwie alle down ich muss ja da irgendwie hochkommen jetzt wo komme ich denn da jetzt hoch auswandleiter und dann links oder was da zwischendurch ja gut und das letzte Lager haben wir uns in der nächsten Folge und das letzte Lager Vielen Dank.